Freude und Jubel füllten die Luft, als sich die Gäste vor dem Haus von Al-Shaima Akram Saidam versammelten, um ihre bemerkenswerte Leistung zu feiern. Sie hat ihren Schulabschluss mit einem Ergebnis von 99,6 Prozent absolviert und ist damit die beste Schülerin in Gaza bei der diesjährigen Sekundarschulprüfung. Sie sprach leidenschaftlich über ihre Träume und Bestrebungen in lokalen Medien. Diese palästinensische Schülerin aus dem nördlichen Gaza-Streifen erzählte ihre Geschichte von harter Arbeit und Entschlossenheit, die schließlich dazu führten, dass sie an der Spitze des Erfolgs in Gaza stand. Sie trug eine palästinensische Schafia um ihren Hals, ein Symbol für ihren unerschütterlichen Stolz auf ihr Erbe. Saidam erzählte von dem Moment, als sie ihre Noten sah. Ein Zeugnis für ihre harte Arbeit und Entschlossenheit. Aber das Schicksal hatte eine abrupte und tragische Wendung. Am 15. Oktober, während der wahllosen Bombardements, die den Gaza-Streifen erschütterten, wurden Saidam und viele ihrer Familienmitglieder tragisch ermordet. Sie verloren ihr Leben durch israelische Luftangriffe auf das Flüchtlingslager Al-Nuseirat, ein Ort, an dem sie während der anhaltenden israelischen Bombardierung von Gaza Zuflucht gesucht hatten. Die Folgen der Bombardierung zeigen sich in einem düsteren Bild mit zerstörten Gebäuden und den leblosen Körpern von Unschuldigen. Mit ihrem Blick auf die Zukunft gerichtet, wollte Saidam Übersetzerin werden und an der Islamischen Universität von Gaza Übersetzungswissenschaft studieren. Die Träume, die einst so hell leuchteten, wurden ausgelöscht. Die Träume, die einst so hell leuchteten, wurden ausgelöscht.